Hallo Steine-Fans, hallo Potterheads und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich habe vorhin mal meine Steinekiste ausgeschüttet und zufälligerweise sind mir exakt die Teile für mein damaliges Lieblings-Harry-Potter-Lego-Set von 2001 vor die Füße gefallen. Und ich dachte mir, so einen Zufall, den darf man nicht verstreichen lassen. Und heute baue ich euch mal mein damaliges Lieblings-Set von, wie gesagt, Lego Harry Potter 2001 auf und wir sprechen mal ein bisschen drüber. Viel Spaß! Musik So, und da sind wir dann fertig. Die 4705-Unterricht bei Snape, auch von 2001, mit ca. 160 Teilen und drei Minifiguren. Einmal dabei haben wir Ron Weasley in seiner ganz normalen Hogwarts-Schüler-Uniform mit dem, naja, ein bisschen deppigen Blick und dem von Rupert Grint im ersten Film noch getragenen Topf-Haarschnitt in orange, also für die damaligen Verhältnisse und eine 19 Jahre alte Figur, 19 Jahre altes Design, passt es und man erkennt, dass es Ron sein soll. Viel besser, meiner Meinung nach erkennt man aber Professor Severus Snape. Moment, den Schlüssel, dazu sage ich gleich noch, aber den nehmen wir eben aus der Hand. Ja, sieht natürlich anders aus, nicht nur, weil er ein anderer Charakter ist, sondern auch vom Gesicht her und das habt ihr vielleicht schon gemerkt, das ist ein Glow-in-the-Dark-Gesicht. Das heißt also, wenn wir ihn jetzt lange genug anstrahlen und dann das Licht ausmachen, müsste das Gesicht im Dunkeln leuchten. Die grauen Hände sind wahrscheinlich auch Zeichen seiner fahlen Haut und da, weiß ich nicht, hat er sich irgendeinen Zaubertrank mal über die Hände gekippt und hat deshalb jetzt verbrannte Finger, aber ich denke, das ist eher ein Zeichen dessen, dass Snape eben, ja, sehr, sehr blass ist. So, und hier haben wir noch eine Ratte, ich weiß gar nicht, ob das Rons Schwester Ginny sein soll. War das nicht die Kleine vom Bahnhof? Nein, das war die Ratte Kretze, das ist Ginny, ich bin doch nicht blöd. Ja, klar. Naja, egal. Oder nicht, aber ich glaube, das ist einfach nur irgendeine Labor, also im wahrsten Sinne des Wortes eine Laborratte. Und die dritte Figur sieht man jetzt gerade gar nicht, aber in diesem Set ist, oh Gott, die Version der Lego-Designer von Peeves mit enthalten, dem Poltergeist, der in keinem einzigen Film vorkam, aber dafür in den Filmen immer, äh, in den Büchern ab und zu mal eine Rolle spielte. Peeves ist, äh, nur in diesem Set kam er vor und in dem, äh, 4709, dem ersten, allerersten großen Hogwarts-Schloss. Und, äh, als eine so seltene Figur geht er auch ein bisschen für was über den Tisch. Es gibt auch noch ein zweites Gesichtsdesign, aber je nachdem, wie man es haben möchte, also hier sehen wir natürlich auch schon deutliche Gebrauchsspuren, äh, vom Alter gezeichnet, besonders im Gesicht. Also, Peeves, habe ich nochmal nachgeschaut, geht bei Bricklink von einem Euro bis hoch zu 35. Und Snape, der auch nur in diesem und dem großen Hogwarts-Schloss vorkam, in der ersten Welle, muss man dazu sagen, in der, ähm, Kammer des Schreckens kam er natürlich nochmal in anderen Sets vor. Ähm, Snape geht auch von, äh, einem Euro und ein paar zerquetschten bis dann hoch auch zu 28 Euro, wenn man ihn sich dann niegelnagelneu kaufen möchte. Bei Ron, dadurch, dass er in auch sehr, sehr vielen Sets vorkam, äh, ist das ein bisschen, äh, lockerer. Er geht für 82 Cent ungefähr, also noch unter einem Euro bei Bricklink weg. Und das Höchste, was ich jetzt gefunden habe auf die Schnelle, waren 30 Euro dann für eine niegelnagelneue Figur. Ihr dürftet jetzt selber entscheiden, wenn wir sie uns angucken. Oh, dieser Fussel, der gehört natürlich nicht dazu. Also, Teil davon ist ja natürlich auch der Umhang mit den Sternen drin. Der klassische Hogwarts-Schülerumhang. Ähm, ja, also, naja, niegelnagelneu würde ich jetzt nicht sagen, aber ist schon in gutem Zustand. So, kommen wir doch mal zum Set. Ähm, das war, wenn ich mich richtig erinnere, mein zweites Set, was ich aus dieser Harry-Potter-Serie bekommen habe. Und das war eins meiner Lieblingssets, weil ich seit dem Lesen der Bücher mir den Klassenraum von Snape einfach unglaublich gruselig vorgestellt habe, weil er ja eben, äh, in irgendwelchen, in seinen Regalen immer, ähm, Tiere in Einmachgläsern zu schwimmen hatte. Und das sehen wir hier natürlich auch. Also, ich finde, so ein Kerker ist hier schon gut nachempfunden worden. Und ansonsten gab es auch hier, äh, dieses, oder gab es hier dieses Feature, dass man das drehen konnte. Also, man hätte quasi, ähm, diesen Drehapparat hier nochmal ranbauen können. Und dann hätte man zwei Kessel, Zugang zu zwei Kesseln haben können, wenn ihr versteht, was ich meine. Aber, äh, also, ich kannte damals niemanden, der das gemacht hat. Aber, also, naja, gut. Ähm, wir gehen mal einfach, äh, der Reihe nach. Wir hatten hier schon den, äh, das Versteck von Peeves gesehen mit dem Regal. Hier ist, äh, am Tisch sind auch noch verschiedene Zaubertränke und eine gelbe Tasse mit einer Lupe. In diesem Tisch, ähm, versteckt sich die Süßigkeitenfrau aus dem Zug. Habt ihr zufällig eine fette Kröte gesehen? Meinst du die Süßigkeitenfrau? Nein. Bist du irgendwie behindert oder so? Äh, kleiner Scherz am Rande muss auch mal sein. Ähm, dann, wenn wir weitergehen, das ist gerade schon rausgefallen. Das ist das, ähm, Zaubertränke und Pilze. Hieß das, glaube ich, ne? Tausend Zaubertränke und Pilze Buch. Ähm, welches in verschiedenen Sets vorkam. Diese Bücher waren auch bedruckt und konnten geöffnet werden. Drinnen war nix. Man konnte zwar, wenn man jetzt so eine Einmal-Zweier-Platte hatte, könnte man die da reinlegen. Dann hätte es ein bisschen gewackelt. Aber ansonsten war das einfach, wie ich finde, ein ziemlich cooles Buchdesign. Ähm, die Fackeln an den Wänden sind ganz klar. Ähm, hier an der Seite haben wir einen Kessel. Das ist ein ganz normaler Standardkessel. Sehr, sehr staubig und schmutzig mit einer gelben Schöpfkelle, der hier eben draufstand. Und wer die Bücher gelesen hat oder, ach Gott, auch in den Filmen ist es ja auch ab und zu mal vorgekommen, dass in Snapes Unterricht diese Kessel halt explodiert sind oder es irgendwelche Probleme gab. Und das geht hier eben auch mit diesem Mechanismus. Wenn wir also Ron hier mal reinstellen, der war ja nie besonders gut in Zaubertränke. Und er macht jetzt irgendeinen Mist, dann würde dieser Kessel umfallen. Ha! Na, ist das nicht klasse? Also, wenn man das jetzt im Moment vielleicht klingt, ist das noch ein bisschen spektakulärer hin hier. Ne. Ne. So, naja gut, fällt der Kessel halt um. Explosion ist vielleicht nochmal was anderes, aber ist ein schönes Playfeature. Muss man nicht haben, ist eigentlich ganz schön. Ein letztes Feature, was ich euch noch zeigen möchte, das hatte ich vorhin, glaube ich, schon mal gesagt oder genuschelt, das ist dieser Schlüssel. Die gab es in verschiedenen Hogwarts-Sets, in verschiedenen Arten und Formen. Hier in dem ganz normalen, dem alten Hellgrau. Das ging bis hin zu Chrom-Silber oder Chrom-Gold. Und diese Dinger konnte man dann eben in diesen Türen richtig reinstecken. Und dann, wenn man sie drehte, passiert natürlich nichts, aber man konnte dann damit die Tür quasi aufschließen, weil sich hier die Zähne des Schlüssels auf der anderen Seite natürlich verhakt haben. War ein ganz lustiges Feature, wie ich finde. Ja, so ein kleiner, kleines Spielfeature halt einfach nochmal. So, na dann haben wir es uns angeschaut. Eins meiner damaligen Lieblings-Sets und eins meiner ersten Harry-Potter-Sets. Ich habe keine Ahnung, für wie viel das damals im Vertrieb war. Ich würde jetzt einfach mal auf irgendwas zwischen 20 Euro und 40 Mark dann halt damals schätzen. Aber, was ich euch sagen kann, auf Bricklink geht das vom günstigsten bei 25 Euro los und geht hoch bis 119,99 Euro. Also 120 Euro, wenn man es dann von Bricklink her auf dem optimalsten Stand haben möchte. Amazon verkauft das Ganze für 165 Euro original. fragt ihr mich, ist es das wert? Nee. Also, nein. Es ist ein super tolles Set, aber dafür so viel Geld auszugeben für, wie gesagt, hatte ich das schon gesagt, 160 Teile hat das Ding. Das hilft auch, wie gesagt, nicht viel beim Ausschlachten. Es sind zwar halt hier schöne, einmal, oh, was ist das denn, einmal 16er? 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Einmal 16er in hellgrau. Es ist auch viele gute Teile, die verbaut worden sind. Aber, ich hatte es schon mal gesagt, das ist halt das alte Steingrau und das alte hellgrau. Ähm, das beißt sich mit dem neuen Light Bluish Grey und Dark Bluish Grey. Das heißt also, ähm, wenn man es nachbauen möchte, aus alten Teilen oder eben, wenn man es sagt, ich möchte das modernisieren, dann gerne auch in den modernen Farben. Dann passt natürlich aber dieses große Türteil da hinten nicht mehr dazu. Also, muss man sehen, wie man es haben möchte. Aber, äh, 100 Euro dafür auszugeben, also bei aller Liebe und Nostalgie zu diesem Set, ne, würde ich auch nicht machen. So, und damit verabschiede ich mich. Wir hören uns im nächsten Video. Ähm, wenn euch das gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen oder schreibt mir was Schönes in die Kommentare. Und wenn nicht, dann schreibt mir auch gerne in die Kommentare, warum es euch nicht gefallen hat. Ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Schaut immer mal wieder in eure Steinekiste. Da gibt es wirklich immer wieder Schätze zu finden. Und dann sage ich nur noch Tschüss! Schaut immer wieder in die Kommentare.